Steffi, stell mal vor, du wärst da mit dem Ural-Empfeiert. Böser Junge hat ne Granate gelegt. Na, aber wär uns lustig geworden. Nee, nee, nee. Kriegen wir den Ural und den Ural-Empfeiert. Du hättest demnach schon auf den Turnier gedrückt. Ich hätte das andere Auto geholt und dann geschoben. War nicht so schnell. Naja, wir können den auch antaunen und gehst in den Gunner-Sitz rein. Naja, lass den antaunen. Brauchst du hier irgendwas von? Ich hab, glaub ich, da schon rausgenommen, was ich haben möchte. Ich hab nur so viel Unsinn. Vor allem... Oh, armer Korbhorst Iglo. Oh. Ach. Er war auch mal wieder da. Ja, der war auch vorhin im Stream und hat rum geflamed. Ach, gespast. Ach, der ist so Lärm. Da erstmal vor der Bels gucken, ob der Captain da wieder ein paar Minien gelegt hat. Nee, nee. Also, kann sein, aber der ist hier gerade beim Dings gewesen. Der Trader. Ach, war ein schöner Ausflug gerade. Der wird bestimmt gleich die nächste finden, keine Sorge. Der wird bestimmt gleich die nächste finden, keine Sorge. Der wird schon gleich drauf gehen. Oh Gott. Kaputt. Das war der UHZ, glaube ich. Weiß doch nicht passiert. Ich glaub, das war die große Hitbox. Du hast Strip-Buyer-Mini, kannst du überleben. Strip-Buyer? Machen so ungefähr 80 bis 90 Karten. Ja, Mo, die ziehen dich aus, wenn du drüberläufst. Dachte ich mir fast schon. Mir ruckelt die Körbeine voll. Dachte ich mir kurz abschlepp. Ich war gerade am Elf, fehlt Länge auf einmal bumm. Kacka. Sehr geil. Ha, ist das wieder böse. Vor allem, wenn ihr da wieder hingeht. Ich hab noch drei weitere. Ja. Ha, ist das schön. So. Äh. Also, ich weiß, das kann ich nicht sehen.